Das heutige Video soll mal ein kleiner Talk über den HSV sein, die dortige Situation dort und was dort alles so passiert ist die letzten Tage. Ja, erstmal haben sie ja am Wochenende 2 zu 0 gegen Union Berlin, also einen direkten Aufstiegskonkurrenten verloren und sind damit auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen. Ja, das ist natürlich gerade für den HSV, die auch aufsteigen möchten und wenn sie das nicht schaffen, ist das für den HSV eine Katastrophe, deshalb sind sie natürlich jetzt besonders unter Strom. Und des Weiteren gab es noch zwei Personalentscheidungen und zwar wird Louis Holtby bis zum Ende der laufenden Saison kein Spiel mehr für den HSV machen. Das Ganze sind disziplinarische Gründe und zwar hatte Hannes Wolff vor dem Frieden Union Berlin gesagt, dass er nicht in der Startelf stehen wird. Daraufhin hat Louis Holtby nur gesagt, dass er gar nicht irgendwie, ob er mitfahren muss, wollte nicht. Das war sowas, so eine Aktion, daraufhin wurde er gestrichen, weil man sich anscheinend nicht mehr sicher war, ob er noch alles für die Mannschaft tun möchte. Und des Weiteren wird man sich nach der Saison auch von Pierre-Michel Lassoga verabschieden, weil man an seiner Erstligatauglichkeit zweifelt. Ja, das sind erstmal so die Sachen, die ich mal besprochen haben wollte. Schreibt mal eure Meinung zum Astro und in die Kommentare.